Der Streich ist eine mutwillige, listige oder hinterlistige Handlung gegen andere, die keine schwerwiegenden rechtlichen Folgen hat. Es handelt sich dabei oft um ideenreiche Einfälle, um andere zu ärgern, zu provozieren oder zu erschrecken. Etymologie Das Substantivstreich bedeutete zunächst und bis heute auch Schlag. Hebe und fand seit dem 15. Jahrhundert häufige Verwendung in der Zusammensetzung Backenstreich. Im 17. Jahrhundert gewann es als unerwarteter Schlag oder überraschende Unternehmung an Bedeutung, beispielsweise beim militärischen Handstreich. Die Redewendung, jemandem einen Streichespielen, stammt aus dem 18. Jahrhundert. Besondere Streiche Ein Streich im Sinne eines Schabernacks findet sich in den Schildbürgerstreichen sowie bei den Schwabenstreichen. Heutzutage sind noch Klingelstreiche und Telefonstreiche besonders bei Kindern beliebt, außerdem Lausbuben und Schulstreiche, bei denen Lehrer von Schülern im Unterricht geärgert, erschreckt oder provoziert werden. An Gymnasien haben oft Abistreiche Tradition. Rechtliche Aspekte Rechtlich kann ein Streich unter anderem Schadenersatzforderungen oder eine Anzeige wegen Beleidigung, Belästigung der Allgemeinheit nach sich ziehen. Bis in die 1970er Jahre gab es den Tatbestand des groben Unfugs im deutschen Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, der heute unter Belästigung der Allgemeinheit fällt. Insbesondere Streiche, bei denen dem Adressaten körperlich nahe getreten wird, wie das japanische Kanko oder der im angelsächsischen Kulturkreis bekannte Wedgie, sind diesbezüglich mit Vorsicht zu behandeln.